Hallo, mein Name ist Phoebe Caray und ich bin Mitglied des Festspielorchesters Göttingen und im Moment bringe ich Grüße aus Cambridge, Massachusetts in dem USA, meine Heimatstadt. Es bricht mir das Herz, dass das Festival nicht stattfindet und ich kann für das ganze Orchester sprechen, dass wir die schöne Stadt und unser fantastisches Publikum vermissen. Besuchen Sie uns bei einem kleinen, aber feinen digitalen Festspiel. Es findet von 20. Mai bis zum 1. Juni auf Facebook und YouTube statt. Da gibt es Musik und Gespräche mit großen Künstlerinnen und Künstlern und netten Kollegen wie Nick McGeehan, George Petrou, Lawrence Cummings, Mitgliedern des Festspielorchesters Göttingen und viele anderen. Bis bald beim digitalen Festspiel.